Peace Leute, was geht ab? Ich bin's Marvin. Ich bin's Kelvin. Und Leute, heute die erste Folge ARK spielen wir. Das ist ein Survival-Spiel. Wir landen jetzt auf irgendeiner Insel. Und ja, sind gestrandet und müssen überleben. Oben links seht ihr auch Tag 1. Die Zeit läuft, wir haben 7 Uhr, also gleich 8 Uhr im Spiel. Und ja, als erstes die Charaktererstellung. Wir erstellen uns jeder einen Charakter. Du bist auch gerade da im Bildschirm, ne? Genau. Wir können ja entscheiden, männlich oder weiblich. Ja, man könnte ja eine Frau nehmen. Ich guck mal hier zufällig. Mal wähle ich mal aus. Alter, what the hell? Guck dich mal dieses Kinn an. Ich guck mal bei weiblich ein bisschen. Ist das wie ein Fisch, Junge. Was ist das denn? Ach du... Guck mal diese Unterarme, Alter. Okay, man kann sich hier kranke Kreaturen erstellen. Der Zweite, was du meinst mit dem Fisch, ey? Ja, bleib mal auf diesen Würfel dann. Ist das zufällig. Die sieht ja aus wie so eine deformierte Frau. Ja, man mag ich mal auf den Würfel gerade. Ey, Junge, wie die aussieht, Alter. Voll dein Bauch. Armer wie ein Gorilla. Ich gucke mal zufällig, bis es mir einer gefällt. Boah, wie lang ist der denn, Alter? Ich gucke mal gerade alle Frauen an. Alter, so witzig. Ist nicht mein Mann? Ich glaube, ich war eine Frau. Echt? Abwechslung. Kann man auch lange Haare machen? Gibt mir alle coolen Haare. Alter, ich habe gerade den Mann auf Zufall, Junge, voll den Steroiden nacken. Alter. Boah, dieses Arme, Junge. Boah, da Stoff. Wird Frau oder Mann machen. Boah, voll die Kante, Alter. Ist so witzig. So ein Zwerg, Alter. Der Bizeps-Dicker wie Bonnie Coleman, Alter. Alter. Wenn ihr Tipps habt, Leute, für das Spiel und so, wir kennen uns hier noch gar nicht aus, schreibt es in die Kommis, ob man den Charakter noch umändern kann oder ob der jetzt für immer dann so aussieht. Weiß ich jetzt auch nicht. Ja, man kann gar nicht umändern. Hast du auch gemerkt? Doch, doch, klar. Mit dem rechten Knüppel. Ach, mit dem rechten Knüppel. Rechten Stick. Ich suche mir gerade noch einen aus, Alter. Ja. Okay, dann machen wir erst mal die Charakterstellung und dann sehen wir uns gleich im Spiel mal. So, nimm mal. Da kann ich... Alter, die haben alle kurze... Guck mal, die Haare nicht ändern. Das ist ja ekeliger Bizeps-Beutel, ey. Komisch, dass man die Haare nicht ändern kann. Dann nimm ich, glaube ich, doch einen Mann. Okay, zum Überleben brauchen wir kurze Haare. Ist einfacher zu pflegen. Die sehen alle gleich aus. Alle so Mutanten, Alter. Ja, Mann. Boah, einer hat doch nur so dicke Unterahme. So voll verrückt. So. Wie machen wir uns denn? Braun gebrannt hier. Ja, machen wir schön knackig. Haarfarbe, okay. Nimm wir. Was haben wir da? Augenfarbe. Okay, das sieht man ja eh kaum. Oder? Ach so, da steht ja auch die Farbe. Kopfgröße, aha. Suche erst mal so normal wie möglich, mich zu machen. Ach so, die Augenbrauen. Okay. Okay. Untere. Breite. Ja, können wir schon etwas breiter machen auf jeden Fall. Hast du einen großen oder so einen kleinen genommen? Ne, den hab ich noch nicht fertig. Ach, suchst du noch einen Skin aus? Ne, ne, ich bin gerade am selber erstellen. Ach so. Ach so, ein bisschen buschig. Oh, fetten Kopfbreite. Mhm. Kopfhöhe. Bist schon fertig oder was? Ne, ne, bin doch da an der Stelle. Hm. Kopfbreite. Okay, ergrößt. Ob das man alles einstellen kann, Junge. Mhm. Das ändern nicht mal so viele, ne? Kopf-Tiefe. Mit dem Kopf-Tief jetzt. Boah. Kannst voll die Habobacken machen, Alter. Bei Untergesichtsbereich. Hals-Umfang. Boah, Nacken, Alter. Alt. Ach. Gar keinen Nacken. Einen fetten Stirnacken. Boah, einen dicken Nacken, Leute. Halslänge. Leute, man kann die Brust mini machen. Ja, so. Brust. Okay, jetzt ist es zu übertrieben. Und ich nehme mal ein bisschen noch. Ästhetischer hier. Hüfte, okay. Ne, Schultern. Ja, breit Schultern brauchen wir auf jeden Fall. Schön breit. Hüfte. Guck mal, der Bauch, Alter. Ja, man hat auch gerade... Man muss auch etwas breiter sein hier. Ja, so. Hier, Rumpf. War zu übertrieben. Muss alles passen, ja? Ja, man hat auch. Ja, natürlich hier. Schön. Ähm? Dann, ich denke mal, die Brust muss noch breiter hier. Ja, so. Rumpftiefe? Was ist das denn? Ist von der Seite wahrscheinlich. Kann ich ihn drehen? Okay. Warte auf, der dreht sich. Ne. Ich könnte hoch und runter machen. Okay, ähm. Wo war ich? Scheiße. Ne, Rumpftiefe war ich. Ja, da sehe ich jetzt leider irgendwie nicht. Keine Ahnung, mache ich es mal so. Hand. Ja. Achso, ne. Hände können groß bleiben. Armlänge. Ja, okay. Immer so. Oberarm angespannt. Breite Arme. Wir haben hier auch mit diversen Tieren zu kämpfen und so. Oh ja, oh ja. Dinosaurier und alles. Ist echt, ey. Bam. So, Beinlänge. Nehmen wir einen richtigen. Geht einfach aus dem Bild raus. Richtig lang hier. Oh, es geht mal weiter runter. Nehmen wir mal so. Oberschenkel. Ja, die müssen auch breit sein hier. Boah, ja, Mann. Fette Beine. Boah, kann ich voll die dünn Waden sogar mal. So. Unter. Achso, die Waden. Oh, ein Coverkrieg. Beinlänge. Boah, siehst du aus wie so einen kleinen Wüchse. Kannst die Beinlänge sogar. Ja, Mann. Ich werde mal ganz groß, falls das uns Vorteil bringt, wenn man auch Bäume oder so. So, ich glaube, das Außen bringt also nirgendwo irgendwas. Ah, ich glaube. Einfach nur so. Aber wir werden sehen. So, ich bin eigentlich fertig jetzt. Was? Mehr kann ich nicht einstellen. Ich speichere das mal. Falls man das irgendwie braucht. Vorlage speichern. Unter. Äh, Hulk. Zack. Annehmen. Bam. Okay. Ich bin fertig. Bist du fertig? Sag, wenn du fertig bist, dann treffen wir uns gleich. Ah, Charaktername. Ich bin tatsächlich jetzt auch fertig. Nehmen wir. Wie könnt ihr denn heißen hier? Matschkopf. Komm. Matsch. Zack. Okay. Spawnregion. Südzone. Leicht. Wie kann man abspeichern? Ähm. Nehmen den Würfels zweimal links, da hast du ein Speichersymbol. Voreinstellung speichern. Ah, da. Ja. Ah, Name noch. Benennen die Charakter. Okay, Fitty einfach. Ja. Kannst du benennen wie du willst. Kannst ich halt mehrere so ausstellen. Boah. Soll ich denn so? Einen ganz anderen Charakter hast du gerade geguckt? Ne, ne. Nur die Hautfarbe. Saftige Hautfarbe. Äh, verrat nix. Hehehe. Mh. Ich mache. Annehmen. Sag. Ich mache. Gespeichert ist, wenn man dann Annehmen drückt? Ja. Warte, ich muss die Beine nochmal vielleicht. Okay. Obwohl, ich lasse so, Alter. Ist witzig. So, okay. Ready? Ja, was jetzt? Der Charaktername steht da noch und so. Ah, da. Man steht da, ne? Mh. Ach, da auch nochmal einen Namen? Ja, kannst du auch nochmal einen Namen machen. War einfach alles Geld für die, oder? Ja, klar. Was hast du? Mach ich guck. Einfach so? Mh. Das Bonn-Region hast du auch Südzone leicht, ne? Südzone 1. Ja. Okay, perfekt. Dann, äh, neun Überlebenden erstellen, ne? Ja. Okay, Leute. Los geht's. Lego. Steinar. Wie wählt man aus, wenn man da drauf ist? Wenn man da... Mit X. Ey, da kommt jemand. Ne. Ey, hast du grad geschissen? Du hast geschissen. Ey, Digga. Hab ich geschissen? Guck mal hier. Alter. Leute, ich hab gekackt, Alter. Menschliche Fäkalien. Ich hätt doch irgendwie Tag Kot. Enthälst dich doch. Das kann man auch nehmen. Hast du fett auf den Boden, Alter. Boah, ja, Mann. Voll die... Ah, das Beintraining, Leute. Fünf Kilo Reis. Komm, wir hauen die Hände weg. Komm. Ja. Pfff. Okay, Leute. Ich würd sagen, das war's mit der ersten Folge. Charaktererstellung und schonmal Einführung. Leute, gib uns auf jeden Fall Tipps, wie wir hier weiterkommen. Ja, Mann. Oder was wir machen müssen als Ziel. Ja, Tag 1 ist es noch. Genau, erste Runde. Bis dass wir noch reinkommen. Ja. Aber es bockt schon auf jeden Fall. Geile Grafik und Spaß. Ich hoffe, es ist gespeichert. Und ja, ansonsten, Leute. Gebt einen fetten Daumen hoch für mehr ARC. Folgt uns auf Instagram. Einmal hier Marfit und Calvin50. Ihr wisst Bescheid. Checkt noch gerne, wenn ihr wollt. Unser Merch habt. Erst eine genaue Beschreibung. Geht mal ein geiler Hoodie. Ihr wisst Bescheid. Und ja. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Bis morgen. Peace.